Das hier ist eine Puzzlebox. Die Idee dahinter ist, dass man versuchen muss, diese Puzzlebox irgendwie zu öffnen. Egal ob man es jetzt dreht, ob man jetzt daran zieht oder ob man es jetzt wendet, das ist vollkommen egal. Das Fiese ist, dass es hier eigentlich nur einen Schritt gibt, diese Puzzlebox aufzukriegen. Und wenn du die nicht kennst, sind so eigentlich 100 Jahre dran. Aber hier ist der Trick, wie man diese Puzzlebox aufbekommt. Du hast also deine Puzzlebox, versuchst sie irgendwie aufzukriegen. Der Trick ist, einmal rumdrehen und... Und schon... kannst du die Puzzlebox auseinanderziehen. Und du hast hier sogar noch einen kleinen Behälter. Da kannst du noch geheime Botschaften, geheime Sachen reintun. Warum es funktioniert ist, hier oben ist eine Metallkugel drin. Und hier, im Gegensatz, ist ein Magnet-Trip. Und wenn man die beiden zusammenschiebt, trifft der Magnet und die Metallkugel aufeinander. Und wenn ich dann einfach die Metallkugel wieder nach unten schlage, ist die Box wieder zu. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da und folg dem Kanal für mehr.